Und um die Absurdität davon irgendwie präsent zu machen, muss man nur umstellen, nur das Wort Ruhestand, ein bisschen langsamer sagen und dann wird die enge Verknüpfung zwischen Ruhestand und Sterben sofort klar und Not sein. Also sehr viele Menschen erleben ihre Art, auf diese Art und Weise und brauchen Unterstützung, brauchen Begleitung, brauchen alles Mögliche, Komplizierte, darüber kann man reden und reden und reden und wie man das macht und wie man es anfängt. Es gibt auch Leute in Graz, die daran arbeiten und einige sitzen hier ganz vorn. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der Mensch braucht Unterstützung, um herauszukriegen, was er will.